lack of administration buildings okay wir brauchen halt jetzt irgendwann mal die einnahmen weil wir haben schon zehn drauf obwohl wir eigentlich nicht das geld haben ist ein bisschen doof wenn du mich fragst ist ein bisschen kontraproduktiv kirche wie sieht es aus wir haben 20 upgrade sehr cool es kann sogar noch jemand wohnen oder wie wir haben zwei das machen können verdammt ja mal gucken sollen ob egal was heißt das hier gott store tv noch mal so haben wir immer noch hier stein da muss eigentlich mal weg leute holt den stein dahinten super gott so langsam bildet sich ja auch das so langsam bildet es sich das gefällt mir so müssen wir mal gucken dass wir langsam einnahmen irgendwie erholen trading post kümmert auch langsam mal bauen weiß noch gar nicht wohin einfach dahin oktober so doch erst gleich wieder winter 99 prozent der das ist ja oh gott 86 nur noch ups ich habe nichts gesagt ich habe nix gesagt unser homeless studio ist jetzt auch weg er hat man zu hause gefunden ich bin ja begeistert was gilt mir fehlt mir heute was dergleichen wir haben tippe 36 planks planks haben ja so viele mittlerweile ich kann auch sagen dass erstmal eine kleine pause machen davon weil davon haben wir erstmal super viel aber mal du hast ja du verschwindest danke und du gehst mal ein bisschen den bauern unterstützen gleich wenn wir schon wenn du schon dabei bist unterstützt noch mal ein bisschen die bauern so wir brauchen ja noch eine mault oder wie das heißt machen wir das denn was geht da mal noch hin dann haben müssen die nicht so weit laufen durchgehend wo haben wir denn eine mault die habe ich irgendwo gesehen hier da würde ich ganz gerne irgendwo hin bauen aber naja dahin super okay die sieht fake aus die wird aber immer noch gebaut was wird hier gemacht ach die graben das haus ab und ich dachte zwar die kirche ich abgrenzen kann oh gott das ist nicht gut super das hier ist halt ein bisschen kacke wenn du mich fragst ja das gefällt mir jetzt nicht so ich muss auch mal gucken dass ich das ist halt immer noch das hier wieso holt das denn keiner ab das ist schade naja ist es okay ist es okay kann man jetzt nichts machen ja dann ist das so sonst ja der ist gut dabei der macht seine aufgabe 90 prozent mögen dass hier 72 population haben war schon wir haben auch hier die geraten nicht arbeiten aber die würde ich ganz gerne erstmal behalten die müssen sich das hause eigentlich mal fertig machen es wird zeit und die mault muss fertig werden deswegen behalte ich es mir erst mal und werden sind schon da ja die werden hopps genommen es wird auch hier langsam man sieht ja langsam eine kurve drin die brauchen auch immer mehr und mehr holz tatsächlich ne hier sieht's aus wie kann ich den wege abbeißen man demolisch irgendwas keine ahnung ach so warte mir geht's nicht weg ach so ach die wollen jetzt das hier was waren das hier noch mal trading post habe ich hier gebaut ok wo war denn der forrester war das warst du das nee du ist clay wo haben wir den forrester den hatten wir irgendwo ich sehe schon nicht mehr durch wir haben so vier mittlerweile ja hier machen wir haben halt nur noch drei aber das ist okay tatsächlich 100 prozent wir haben zu 100 prozenten nice obwohl die sagen aber auch so weil sie damit zufrieden diese mit dem alle da muss ich noch mal gucken wie das funktioniert das weiß ich noch gar nicht also ich meine ich habe jetzt schon mal das gebaut und wir haben theoretisch das hier oder brauche ich die damit sie das hier machen die felder pflanzen und das machen nicht mal die bauern würde wiederum sind ergeben das ist dessen das war damit ich das hause aber noch mal um platzieren tatsächlich weil dann bringt es mir eigentlich nichts dass sie da sind wir können auch hier ein weg hin machen hier würden wir wünschen die wege wird irgendwann verschwinden von selber die laufen ja eh wie sie wollen so warte mal wir ziehen hier einmal außen rum und den bis hier einmal durch die felder wollen dass wir auch noch was schönes wenn man so durch die felder wollen könnte das wäre auch was schönes hier so einmal außen rum super das hingen bei anderen wie auch hat dies als andere aufbauspiel ich weiß es schon gar nicht mehr bei irgendeinem spiel ging das noch da konnte jemand so ich werde auch noch das sah so sick aus aber da habe ich gerade mal so viel naja egal das connect von so ihr wollt noch und gott die sieht ja aus das ist eine lüge die sind nicht disconnected die können ganz gerne noch einen weg haben gar kein problem dann geht ja noch dahin super ist nämlich nicht mehr disconnected so das muss noch fertig gebaut werden wir haben noch hier das ist schön also das dorf entsteht so langsam mit dem einen oder anderen mag ich meine hier ist ja alles gequillt aus so sieht nicht schön aus sondern so ist halt einfach da aber naja immer hast du lagerprobleme weißt du du bist nicht mal da und hast trotzdem probleme das mit dem friezen das verstehe ich noch nicht so ganz obwohl wir haben doch eigentlich alles um wir haben rund 1200 brennen und 166 charcoal wo ist denn dein problem ich muss mal heizung mal kurz anmachen sekunde ich freue mich darauf mein bett das könnt ihr euch gar nicht vorstellen influence 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 und kürzern claims ok du machst du bist fleißig dabei wir haben uns auch unserem jetzt haben wir theoretisch ein drin der kann dann was macht wahrscheinlich die und das ja klingt auch im plan priorität ok nein die johu wir haben auch gleich ist auch der winter schon wieder wir haben mehr hier sieht man schmelzen das hat schon was es sieht schon zick aus oh mein gott schade dass wir nur ein so ein plot hier haben aber naja wir brauchen auch schon wieder mehr häuser ne theoretisch wir brauchen super 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 viele häuser so weil hier schon ein marktplatz ist würde ich jetzt auch noch ein brennen bauen rennery achso ja 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 ne marktplatz wo sadlers camp eigentlich das hat man doch irgendwo irgendwo hatten was ich weiß gar nicht mehr wo da nicht ich weiß gar nicht mehr wo moll ich weiß es gar nicht mehr kann dass ich schon abgerissen habe kann sein naja egal dann gucken wir mal ganz kurz dass wir nochmal einen marktplatz ne wir bauen hier keinen marktplatz hin wir machen das warte ne das ist nicht das hilft mir nicht machen wir hier ein bisschen kleiner so wir brauchen halt eine wirklich höhere population ah guck mal das machen sie auch sehr schön wir brauchen halt wirklich mehr leute auf den feldern ich verstehe nicht warum dir kalt ist das war no joke ich verstehe es nicht ach du warst ja da drüben ich verstehe ich auch mir die ganze zeit kalt ist weil hat er keine sachen irgendwas dergleichen genau die kann man später auch noch auf stufe 3 machen der für uns aber ein bisschen außerdem haben wir gerade mal 30 11 ja ganz gut ja ich hätte den da drüben platzieren sollen naja wir brauchen hier damit unsere arbeiter dahinter werden denn irgendwann mal anfangen kann auch zu arbeiten ein worker haben wir noch der frei ist der ihr bauen kann das ist okay hunting camp das kann ich konnte ich nicht abreden nö schade das geht bestimmt genau aber trading post bringt mir auch gerade wenig bis gar nichts schade wir haben ein upgrade wenn es soweit ist hier können wir theoretisch einmal auf storehouse auf höhere platz gehen aber da ist ja gar nichts drin da sind ein paar planks und ein bisschen stein drin das ist ja gar nichts wir hatten glaube ich noch woanders ein storehouse ne deswegen stonecutter no table irgendwo hat man noch ein storehouse ich weiß gar nicht mehr wo naja egal ach hier ist aber der marktplatz okay weil der marktplatz wird ja im endeffekt irgendwann mal nicht mehr reichen deswegen müssen wir gucken dass sie ihn irgendwann mal upgrade jo wavers das haben wir schon smithy blumerie das hat die auch stickern machen wir auch noch mal gucken wann nein machen wir nicht nein ach so ja weil hier unten stimmt so du bist aber noch nicht da machen lieber ein meer sehr schön so langsam wird so langsam wird es gefällt mir du bist gerade mal höher gekommen jetzt beruhigen sie sich doch kann noch nicht wahr sein ja das wird doch gemacht keine sorge das wird noch ich glaube ich habe die heizung gemacht sicher bin ich mir nicht mehr das sieht schon sick aus auf allem diese detailliertheit ne so von der mauer gut ich habe nicht gegeben dass eine lüge wer war noch sagt gelügt ich war gerade der coole weg oh gott machen wir es nochmal so war jetzt ja auch ein ausgang da passt lassen wir so wir sind doch dabei jetzt beruhigt euch doch mal was running out of food oh das ist nicht gut das ist nicht gut wir brauchen mehr felder was heißt mehr felder wir müssen wirklich hier einmal hinsetzen oder hier gehst du erstmal raus und du gehst mal da rein und hilfst dann bei euch das fällt erst mal wieder etwas anderen werden welt wird gebrannt weiß es schade dann müssen wir das dann behalten so hier kommt nämlich jetzt in das hoch das ist halt nicht gut dass wir ja auch der food gerade gehen wir haben 50 warum lügst du denn settlement also needs more food or more fuel checks the supplies für einen monat haben wir noch im winter der wird wahrscheinlich schwieriger zu überleben wie lange wächst du denn noch barley ach du bist das ok days left to harvest ach 83 tage ok also wenn wir noch für einen monat essen haben ist das weniger gut aber wieso du machst doch die ganze zeit ossa usami noch einer dazu gekommen das ist auch schön du kannst dich gleich da anschließen und du kannst dich gleich da anschließen Wir müssen gucken, dass wir gerade mal ein bisschen mehr Unusing Families Needed a construction work Wir haben gerade keine freien Mitarbeiter Die sind hier gerade alle beschäftigt, tatsächlich Die sind hier alle beschäftigt Die sind gerade alle dabei So, und jetzt dauert es eh ein bisschen, bis das gemacht wird Jo Ach so Habe ich den vergessen Irgendwann mal, kann das sein Da geht einer raus Da geht einer raus Ihr seid jetzt meine Jäger Wir setzen nochmal auf 20 Okay, dann habe ich jetzt auch wieder Jäger drin Warum habe ich die rausgenommen? Wann habe ich die rausgenommen? Oh je Wie das einer dazu Kommt, das ist schön Und noch eine Oh, jetzt geht's Jetzt wächst es Aber Jetzt wächst es so langsam Das ist angenehm So, Leute Ich bin mal ganz kurz Aufk Ich speichere mal eben Ja, passt ja Wie überspeichern das hier Super Gut, Leute Ich bin mal ganz kurz aufk Es geht nicht weiter Bin gleich wieder da Gib mir kurz 5 Minuten Ja, genau Gib mir 5 Minuten Dann bin ich gleich wieder da Bis gleich Ich hoffe, bis dahin sind meine Leute nicht verhungert Oh, komm, mach mal nass denn Bis dahin sind sie die nicht verhungert Also, mal gucken Mal gucken Ich werde es ja gleich sehen Bis gleich Habe ich irgendwas anderes noch? So Lassen wir so Gut Jetzt aber bis gleich Ich bin verhungert Gefällt mir Aber wir haben noch kein Essen Gefällt mir ja weniger Also wir sind schon mal nicht verhungert Das ist echt angenehm Super, super, super viel Dings So, die schaffen uns hier nicht Essen ranzubringen oder Oh, wir sind ja komplett überfüllt Wir sind ja komplett überfüllt mit dem Haus Oh, Junge Wir brauchen ja definitiv noch ein Storehouse Geht direkt da ran Oh, wir sind ja komplett überfüllt Also, da Ressourcen haben wir super, 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 super viel Dass wir ohne Probleme bauen können Wir können auch mal gucken, dass wir theoretisch Ja, Essen ist halt so eine Sache, ne? Essen Hm, da scheide ich immer dran tatsächlich Aber ich mache auch immer gefühlt die gleichen Fehler Mal abgesehen davon Hm, wie machen wir das jetzt hier am besten? Ich kann das einmal so machen Und dann kann man hier durchziehen Jo, klingt nach dem Plan Und dann kann man das hier auch nochmal machen Ah, ein bisschen weniger, komm Die brauchen jetzt keine Felder So So langsam uns entsteht ja das kleine Dörfelein Aber wie gesagt, Essen ist so eine Sache Aber wir brauchen die Leute Wenn du wirklich isst, sie haben halt kein Essen mehr Die werden gleich alle elendig verhungern Essen ist immer ein großes Problem mit mir gewesen Nein, wir wollen nix Rot haben wir auch leider ein Rad nicht mehr, ne? Ah, das wird gleich sehr, sehr kritisch Wir haben 90 Einwohner, aber wir haben kein Essen mehr Das ist gleich sehr kritisch Bären Ja Haben auch keine Bären gerade Weil die nur Die so nahe wachsen Oh, wenn die jetzt noch Das wäre noch sick Wenn die selber noch anpflanzen Die Mühle macht halt leider auch nicht schneller Die Felder sind halt auch ein kleines Problem Ja, guck mal, das kann man Nee, sparen wir mal runter Und wechseln gleich zu Rui zurück Und wir machen halt extra noch ein Feld Das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr funktionieren Aber naja, wir probieren es Ähm, wo haben wir? Ja Äh, wo ist es denn da? Oh, der sieht zu hässlich aus Egal, wir machen mal Wir ziehen mal hier runter Machen mal hier hin Und dann steigen wir Machen wir hier nochmal ein großes Feld hin Zack Und dann würde ich es gleich hier nochmal machen Dachte ich mir So Ich weiß, ich habe da noch Hunger Wir brauchen halt wirklich die Leute So, stopp Hier haben wir gerade keinen drin Das ist okay Die haben wir auch gerade drin Wir brauchen Die müssen wir beide abziehen Die gehen sofort hier rein Äh, denn wir sollen mal gucken, dass wir Ihn nicht abziehen Ihn erstmal abziehen Ihn erstmal, die erstmal abziehen Und erstmal tatsächlich hier reinsetzen Weil sonst haben wir gleich ein riesen, riesen, riesen Problem Essen haben wir halt gar nichts mehr So Hoffentlich verhungern die nicht gleich alle Und hier noch einen reinsetzen Theoretisch Und hier noch einen reinsetzen Dass wir da erstmal alles voll haben Sonst haben die gleich alle ein riesen Problem Es braucht halt auch einige Tage Bis das hier alles fertig ist Wir brauchen die Bauern Dringendst Da sieht man mal wieder, wie wichtig eigentlich Bauern sind Aha Die werden gleich ohne Pause arbeiten Müssen Ja, das Ding ist Menschen kommen ohne Essen Sehr, sehr lange aus Aber Ohne trinken nicht Das ist Sollt, ne? Ich sollte mal hier noch eine Wasserquelle hinbauen Wenn wir schon dabei sind Wo haben wir sie denn? Äh, wo war das? Hier Da weniger Aber wir könnten Hier keine hinbauen Ah, das ist doof Ich hätte mal früher drauf achten sollen Wir haben da eine Und da Wir haben hier voll über eine Wasserquelle gebaut Äh, Hunger Regionnahme Jo, wir sind dabei Wir sind dabei Das braucht halt alles ein bisschen Wir sind dabei Wir sind am machen und tun Nee, stopp Nee, stopp Warte mal Doch ist der richtige, ne? Ich weiß, ihr habt Hunger Oh nein Oh nein Oh nein Ist auch noch Winter Ja, guck mal Ein paar haben schon gegessen Das ist ganz gut Ja, es wird denen gleich nicht so gefallen Hunger Minus 1 Ich hoffe der Winter Oh mein Gott Das wird eng, ne? Das wird richtig eng Und bevor das immer wieder wächst Dies, das Ananas Naja, ihr müsst halt sammeln Tatsächlich Forrest ist gerade erstmal egal Wir müssen halt gucken Dass wir den Winter irgendwie überleben Dann wahrscheinlich einige sterben Weil Also Also An Hunger sterben Aber Naja Ich hoffe der Winter Ich hoffe der Winter